Hallo Kinder, wollt ihr auf eine Farbenreise gehen? Dann steigt ein! Gelb, gelb, die Sonne ist schön. Gelb, gelb, die Sonne ist schön. Lila, lila, die Trauben sind schön. Lila, lila, die Trauben sind schön. Blau, blau, der Himmel ist schön. Blau, blau, der Himmel ist schön. Weiß, weiß, die Wolken sind schön. Weiß, weiß, die Wolken sind schön. Kommt alle mit auf die Farbenbahn, da könnt ihr helle Farben sehen. Kommt alle mit auf die Farbenbahn, lasst uns eine Runde drehen. Grün, grün, seht die Bäume an. Grün, grün, seht die Bäume an. Rot, rot, seht die Blumen an. Rot, rot, seht die Blumen an. Orange, orange, seht das Haus an. Orange, orange, seht das Haus an. Rosa, rosa, seht die Türe an. Rosa, rosa, seht die Türe an. Kommt alle mit auf die Farbenbahn, da könnt ihr helle Farben sehen. Kommt alle mit auf die Farbenbahn, lasst uns eine Runde drehen. Ich hoffe, die Farbenfahrt hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Hallo Kinder, ich bin Bob. Heute wollen wir das Alphabet lernen. Der erste Buchstabe, den wir suchen, ist das A. Los, suchen wir A. Kinder, könnt ihr A sehen? Er versteckt sich hinter dem Laternenpfahl. Oh, hallo Bob. Ah, kommst du mit? Ja, Bob. Was machst du da oben, B? Ich hab dich gesucht und da bist du ja. Schaut Kinder, da ist C. Er scheint irgendwo hinzugehen. Hallo Bob. Hallo C, wo gehst du hin? Ich gehe in den Park. Warum kommst du nicht lieber mit uns? Au ja. D, was machst du hinter den Bäumen? Ich spiele Verstecken. Kommst du mit auf eine Vergnügungspfad? Ja. Hallo E, wie geht's? Hast du Lust mitzukommen? Hallo Bob. Mir geht's gut. Danke. Ja, ich würde gerne mitkommen. Kinder, was ist denn das? Oh Gott. Das ist F. Hallo Bob. Hallo G, wo gehst du hin? Hallo Bob. Ich treffe mich mit H. Komm mit. Hallo H. Hallo Bob. G, fahren wir mit Bob. Ja. Kinder, die nächsten Buchstaben sind I und J. Wir warten auf den Bus. Er bringt uns zur schwimmenden Insel. Ich fahre euch zur schwimmenden Insel. Kommt beide mit. Kinder, seht mal K. Er ist auf der Schaukel. Bob, kann ich mit meinen Freunden I und J mitkommen? Ja. Hurra. Warte auf mich. Ich will auch mit. Hallo M. Was machst du? Hallo Bob. Ich gehe nach Hause. Warum kommst du nicht lieber mit uns? Ja. Hurra. Hallo N. Hallo O. Hallo Bob. Hallo Bob. Ja. Hallo P. Wo ist Q? Hallo Bob. Ich versuche Q zu finden. Hilfst du mir Q zu finden? Da. Q versteckt sich hinter dem Haus. Schaut Kinder. Da ist S. Hallo Bob. Ich warte auf R. Hallo Bob. Ich gehe in die Stadt, um U und V zu treffen. Lass uns doch U und V zusammen besuchen. Hallo U und V. Kommt ihr mit mir, um W zu treffen? Ja, wir wollten W auch treffen. Lasst uns zusammen gehen. Hallo W. Hallo Bob. Ich warte auf meine Freunde T, V und U. Hast du sie gesehen? Ja. Sie sind an Bord. Willst du nicht mitkommen? Ja. Hurra. Hurra. Sieh mal, all unsere Freunde. Können wir mitkommen, Bob? Ja, X, Y und Z. Ja. Das war ein Spaß. Bis zum nächsten Mal. Hallo, ich bin Bob und ich will euch helfen, die Zahlen zu lernen. Lasst uns alles zählen, was auf meinem Waggon ist. Ich hoffe, es geht dir gut. Schön, dich zu sehen, Bob. Hallo, Bob. Acht Hüte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hallo, acht. Hallo Bob. Neun Lutscher. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Hallo, neun. Hallo Bob. Zehn Bälle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hallo, zehn. Schön, dich zu sehen, Bob. Lasst uns die Zahlen nochmal aufsagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich bin die Formenbahn. Ich bin die Formenbahn. Tut, tut, tut. Ich bin die Formenbahn. Lieber Kreis, lieber Kreis, du bist so rund und rund und rund. Du kannst rollen auf dem Boden, du kannst rollen rundherum. Lieber Kreis, lieber Kreis, du bist so rund und rund und rund. Du kannst rollen auf dem Boden, du kannst rollen rundherum. Hey Quadrat, hey Quadrat, guten Morgen, wie geht's dir? Pass auf deine vier Seiten auf und die Ecken alle vier. Hey Quadrat, hey Quadrat, guten Morgen, wie geht's dir? Pass auf deine vier Seiten auf und die Ecken alle vier. Liebes Dreieck, Liebes Dreieck, siehst wie ne Pyramide aus. Komm mit auf meine Eisenbahn, das Quadrat kommt ja auch. Liebes Dreieck, Liebes Dreieck, siehst wie ne Pyramide aus. Komm mit auf meine Eisenbahn, das Quadrat kommt ja auch. Lieber Stern, lieber Stern, siehst du dir den Himmel an. Deine Freunde kommen in der Nacht auf ihrer Himmelsbahn. Lieber Stern, lieber Stern, siehst du dir den Himmel an. Liebes Dreieck, Liebes Dreieck, kommst du auch noch dazu? Meine Wagen sind bequem und sehen aus wie du. Liebes Dreieck, Liebes Dreieck, kommst du auch noch dazu? Meine Wagen sind bequem und sehen aus wie du. Hey Oval, hey Oval, guten Morgen und wie geht's? Schau, deine Freunde sind an Bord, komm du doch auch noch mit. Hey Oval, hey Oval, guten Morgen und wie geht's? Schau, deine Freunde sind an Bord, komm du doch auch noch mit. Auf Wiedersehen, Kinder. Hallo miteinander, was für ein schöner Tag. Lasst uns heute zum Bauernhof fahren. Bob, die Bahn fährt zum Bauernhof. I, 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 O, da laufen viele Enten rum. I, 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 O, mit nem Quack, Quack hier und nem Quack, Quack da. Hier ein Quack, da ein Quack, überall ein Quack, Quack. Bob, die Bahn fährt zum Bauernhof. I, 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 O, da laufen viele Pferde rum. I, 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 O, mit nem I, I hier und nem I, I da. Hier ein I, da ein I, überall ein I, I. Bob, die Bahn fährt zum Bauernhof. I, 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 O, da laufen viele Kühe rum. I, 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 O, mit nem Mu, Mu hier und nem Mu, Mu da. Hier ein Mu, da ein Mu, überall ein Mu, Mu. Bob, die Bahn fährt zum Bauernhof. I, 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 O, Bob, die Bahn fährt zum Bauernhof. I, 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 O, da laufen viele Schweine rum. I, 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 O, mit nem Grunz, Grunz hier und nem Grunz, Grunz da. Hier ein Grunz, da ein Grunz, überall ein Grunz, Grunz. Bob, die Bahn fährt zum Bauernhof. I, 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 O, Bob, die Bahn fährt zum Bauernhof. I, 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 O, da laufen viele Hühner rum. I, 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 O, mit nem Gak, Gak hier und nem Gak, Gak da. Hier ein Gak, da ein Gak, überall ein Gak, Gak. Bob, die Bahn fährt zum Bauernhof. I, 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 O, Bob, die Bahn fährt zum Bauernhof. I, 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 O, da laufen viele Schafe rum. I, 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 O, mit nem Mäh, Mäh hier und nem Mäh, Mäh da. Hier ein Mäh, da ein Mäh, überall ein Mäh, Mäh. Bob, die Bahn fährt zum Bauernhof. I, 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 O, Bob, die Bahn fährt zum Bauernhof. I, 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 O, da laufen viele Hunde rum. I, 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 O, mit nem Mäh, Mäh, Mäh hier und nem Mäh, 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 Mäh. I, 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 O, überall ein Wau, Wau, Bob, die Bahn fährt zum Bauernhof. I, 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 O, da laufen viele Katzen rum. I, 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 O, mit nem Mäh, 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 Überall ein Miau Miau, Bob die Bahn fährt zum Bauernhof. Iei, iei, oof. Auf Wiedersehen, Kinder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hallo, ich bin Bob, die Bahn. Ich fahre auf Schienen. Passagiere können in mir drinnen sitzen und zu fernen Orten reisen. Ich bringe auch Waren von einem Ort zum anderen. Los, lasst uns die anderen Transportarten anschauen. Schau, da ist ein Auto. Hallo, Bob. Ich mache ein Picknick. Bis bald, Bob. Seht, Kinder, das ist ein Polizeiauto. Was machen Sie, Herr Polizeiauto? In mir sitzen Polizisten, um Diebe zu fangen. Verbrechen zu bekämpfen ist eine mutige Arbeit. Wo fährst du denn so eilig hin, Feuerwehrauto? Dort sind Leute vom Feuer eingeschlossen. Wir wollen sie zusammen mit den Feuerwehrleuten retten. Sieh mal, dort kommt ein Rettungswagen. Ich fahre kranke und verletzte Menschen ins Krankenhaus. Was machst du, Müllauto? Ich sammle den Müll ein. Schaut, da sind Gabelstapler und Bagger. Hallo, Jungs. Wie geht es euch? Hallo, Bob. Ich helfe Gabelstapler, das Hindernis zu räumen. Hallo, Bob. Ich helfe beim Be- und Entladen. Gute Arbeit, Jungs. Schau mal, der Hubschrauber fliegt davon. Wiedersehen, Bob. Hallo, Abschleppwagen. Was machst du so? Ich schleppe kaputte und behinderte Autos ab. Ich hoffe, es hat euch Kindern gefallen, etwas über die verschiedenen Transportarten zu lernen. Hallo, ich bin Bob. Komm, wir hören uns die Stimmen der Tiere an. Hört ihr, wie die Ente macht? Quak, quak, quak. Hört mal zu, die Ente macht. Quak, quak, quak. Hört ihr, wie die Henne macht? Gluck, gluck, gluck. Hört mal zu, die Henne macht. Gluck, gluck, gluck. Hört ihr, wie das Pferd macht? Hört mal zu, das Pferd macht. Hört ihr, wie die Kuh macht? Mu, 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 muh. Hört mal zu, die Kuh macht. Mua, mu, mu, muh. Hört ihr, wie das Schwein macht? Gruz, grunz, grunz. Hört mal zu, das Schwein macht. Gruz, grunz, grunz. Hört ihr, wie das Schaf macht? Mäh, mäh, mäh. Hört mal zu, das Schaf macht. Mäh, mäh, mäh. Hört ihr, wie der Hund macht Wau, Wau, Wau? Hört mal zu, der Hund macht Wau, Wau, Wau. Hört ihr, wie die Katze macht Miau, Miau, Miau? Hört mal zu, die Katze macht Miau, Miau, Miau. Hört ihr, wie der Affe macht Schnatter, Schnatter, Schnatter. Hört mal zu, der Affe macht Schnatter, Schnatter, Schnatter. Hört ihr, wie der Löwe macht Brüll, Brüll, Brüll. Hört mal zu, der Löwe macht Brüll, Brüll, Brüll. Hört ihr, wie die Eule macht U, U, U. Hört mal zu, die Eule macht, uh, uh, uh. Hört ihr, wie der Frosch macht, quack, quack, quack. Hört mal zu, der Frosch macht, quack, quack, quack. Hört ihr, wie die Schlange macht, zisch, zisch, zisch. Hört mal zu, die Schlange macht, zisch, zisch, zisch. Hört ihr, wie die Fliege macht, summ, summ, summ. Hört mal zu, die Fliege macht, summ, summ, summ. Hört ihr, wie der Esel macht, i-a-a. Hört mal zu, der Esel macht, i-a-a. Hört ihr, wie die Gans macht, schnatter, schnatter, schnatter. Hört mal zu, die Gans macht, schnatter, schnatter, schnatter. Hat das Spaß gemacht? Ihr könnt jederzeit wiederkommen! Hallo Kinder, wie geht es euch heute? Macht euch bereit, denn heute wollen wir spielen. Wir wollen Spaß haben mit farbigen Figuren. Alle Figuren sollen sich selber vorstellen. Quadrat ist mein Name. Meine vier Seiten sind alle gleich. Dreht mich herum, mir ist's egal. Ich bleib doch gleich. Ich bin ein Quadrat. Kreis ist mein Name. Schaut, ich dreh mich rund herum. Und dann könnt ihr verstehen, dass meine Räder sich endlos drehen. Ich bin ein Kreis, ein Kreis. Rechteck ist mein Name. Meine vier Seiten sind nicht gleich. Zwei sind kurz und zwei sind lang. Zählt meine Seiten, dann seht ihr's gleich. Eins, zwei, drei, vier. Dreieck ist mein Name. Aufwärts geht's, zur Spitze hoch und dann abwärts. Und dann noch gerade rüber. Sagt mir, was das ist. Ein Dreieck. Ja, ein Dreieck bin ich. Okay, Kinder, auf geht's. Spielt mit den Figuren und baut was zusammen. Ja! Nun zeigt mal eure wunderbaren Künste. Wir wollen ein schönes Figurenhaus bauen. Meine vier Seiten sind alle gleich. Wie heiße ich? Quadrat! Genau! Wir stellen es hier hin. Nun schaut nach oben und sagt mir, welche Figur das Dach hat. Dreieck! Ja! Lasst es uns im richtigen Winkel aufstellen. Wir sind unschlagbar. Jetzt nennt mir eine Figur mit zwei langen und zwei kurzen Seiten. Rechteck! Genau! Es ist das Rechteck. Was für ein schönes Haus wir gebaut haben. Yeah! Das hat Spaß gemacht. Nun lass uns noch was bauen. Wir fahren heute etwas weiter weg. Drum lass uns zusammen ein Auto bauen. Ja! Welche Figur geht endlos rum und herum? Wisst ihr das noch? Kreis! Ja! Es ist ein Kreis. Wir wollen ihn so hinstellen. Nun brauchen wir für unsere Reise eine Figur mit zwei langen und zwei kurzen Seiten. Rechteck! Ja! Es ist ein Rechteck. Und wir wollen es so aufstellen. Welche Figur mit vier gleichen Seiten kommt ganz oben hin? Quadrat! Ja! Es ist ein Quadrat. Wir wollen es so hinstellen. Aus all den Figuren haben wir ein wunderschönes Auto gebaut. Yeah! Zur Abwechslung wollen wir einen Baum machen. Was meint ihr, Kinder? Seid ihr dafür? Ja! Diesmal fangen wir mit einem Rechteck an. Sieht das nicht gut aus? Welche Figur sollen wir noch benutzen? Kreis! Rechteck! Oh, bitte sag es uns! Okay! Wir brauchen ein paar Dreiecke. Wow! Das sieht wie ein schöner Baum aus. Was meint ihr, Kinder? Ja! Kinder, lasst uns noch etwas bauen. Wie wäre es mit einer hübschen Wippe? Ja! Auf einer Wippe können wir den ganzen Tag spielen. Von morgens bis abends. Okay! Mit welcher Figur sollen wir dieses Mal anfangen? Ein Dreieck wäre perfekt für unsere Wippe. Jetzt brauchen wir eine Figur mit zwei kurzen und zwei langen Seiten. Ja! Wir wollen ein Rechteck einbauen! Jetzt lasst es uns vorsichtig einfügen. Schaut! Wir haben unsere eigene Wippe gebaut. Das macht so viel Spaß heute! Ja, Bob! Hurra! Hurra! Wir müssen uns irgendwo hinsetzen und etwas essen. Lasst uns einen Tisch und ein paar Stühle bauen. Wir nehmen vier Rechtecke für die Beine. Wir bauen sie alle in diesem Winkel ein. Das sieht großartig aus. Danke, Rechteck! Jetzt brauchen wir eine runde Figur. Kinder, könnt ihr mir sagen, wo es sowas gibt? Ein Kreis! Genau, ein Kreis! Den bauen wir ganz oben ein. Hier ist unser schöner Tisch. Noch schöner als gekauft. So, jetzt brauchen wir noch Quadrate und Rechtecke für unsere Stühle. Das sieht wunderbar aus. Jetzt können wir uns alle irgendwo hinsetzen. Danke, ihr Figuren! Das hat heute so viel Spaß gemacht! Bis zum nächsten Mal! Mit noch mehr Spiel und Spaß! Hallo, ich bin Bob. Und ich kenne ein kleines, lustiges Lied über die Phonics. Ich will euch beim Lernen der Phonics helfen. Auf geht's! A steht für Apfel. A, A, Apfel. A steht für Affe. A, A, Apfel. A steht für A, 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 Apfel. A steht für A, 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 Affe. B steht für Ball. B, B, Ball. B steht für Ballon. B, B, Ballon. B steht für B, 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 Ballon. C steht für Zitrone. C, C, Zitrone. C steht für Zigarre. C, C, Zigarre. C steht für Dach, D, 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 Dach. D steht für Decke, D, D, Decke. E steht für Ente, E, E, Ente. I steht für Erde, E, E, Erde. E steht für E, 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 Ente. I steht für E, 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 Erde. F steht für Feuer, F, F, Feuer. F steht für Fahne, F, F, Fahne. F steht für F, 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 Feuer. F steht für F, 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 Fahne. G steht für Grün, G, G, Grün. G steht für Gras, G, G, Gras. G steht für G, 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 Grün. G steht für G, 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 Gras. H steht für Herz, F, F, Herz. H steht für Hut, F, 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 Hut. H steht für F, 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 Herz. H steht für F, 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 Hut. I steht für Insel, I, I, Insel. I steht für Igel, I, I, Igel. I steht für I, 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 Insel. I steht für I, 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 Igel. I, 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 I K steht für Kopf, K, K, Kopf. K steht für Kanne, K, K, Kanne. K steht für K, 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 Kopf. K steht für K, 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 Kanne. L steht für Leiter, L, L, Leiter. L steht für Lampe, L, L, Lampe. L steht für L, 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 Leiter. L steht für L, 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 Lampe. M steht für Malen, M, M, Malen. M steht für Mond, M, M, Mond. M steht für M, 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 Malen. M steht für M, 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 Mond. N steht für Nagel, N, N, Nagel. N steht für 9, N, N, 9. N steht für N, 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 Nagel. N steht für N, 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 9. O steht für Orange, O, O, Orange. O steht für Oval, O, O, Oval. O steht für O, 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 Orange. O steht für O, 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 Oval. P steht für Pflaume, P, P, Pflaume. P steht für Pfirsich, P, P, Pfirsich. Q steht für Quark, Qu, 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 Quark. Q steht für Quelle, Qu, Qu, Quelle. Q steht für Qu, 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 Quark. R steht für Rot, R, R, Rot. R steht für Rakete, R, R, Rakete. S steht für Sonne, S, S, Sonne. Es steht für Sonnenblume, S, S, Sonnenblume. Es steht für S-S-S-S-Sonne, es steht für S-S-S-S-Sonnenblume. T steht für Tomate, T-T-Tomate, T steht für Traktor, T-T-Traktor. T steht für T-T-T-Tomate, T steht für T-T-T-T-Traktor. U steht für Uniform, U-U-Uniform, U steht für U-HU-U-U-U-U. U steht für U-U-U-Uniform, U steht für U-U-U-U-U-U. V steht für Vase. V, V, Vase. V steht für Violett. V, V, Violett. V steht für V, 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 Vase. V steht für V, 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 Violett. V steht für Weiß. V, V, Weiß. V steht für Wassermelone. V, V, Wassermelone. V steht für V, 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 Weiß. V steht für V, 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 Wassermelone. X steht für Xylophon, X, X, Xylophon X steht für X-Box, X, 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 Box X steht für X, 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 Xylophon X steht für X, 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 Box Y steht für Yacht, Y, Y, Yacht Y steht für Joghurt, Y, 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 Joghurt Y steht für Y, 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 Yacht Y steht für Y, 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 Joghurt Z steht für Zaun, Z, Z, Zaun Z steht für Zebra, Z, Z, Zebra Z steht für Z, 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 Zaun Z steht für Z-Z-Z-Z-Z-Z-Zebra Hat es nicht Spaß gemacht, die Phonics zu lernen? Auf Wiedersehen, Kinder! Hallo, ich bin Bob, die Bahn! Wollt ihr ein Weltraumabenteuer erleben? Ja! Gehen wir auf Planetenfahrt mit Bob als Kapitän. Da gibt es Spiel und Spaß an Bord der Weltraumbahn. Gehen wir auf Planetenfahrt mit Bob als Kapitän. Da gibt es Spiel und Spaß an Bord der Weltraumbahn. Seht ihr dort den Merkur? Er steht der Sonne nah. Ist doch nicht furchtbar heiß, verbrennen wollen wir nicht. Ihr seid in Sicherheit, wir gehen nicht zu nah ran. Die Sonne macht uns braun vom Kopf bis zu den Zähnen. Schaut, da ist Venus schon in Wolken eingehüllt. Ist dort denn jemand drin? Den rufen wir ganz laut. Hallo, ist da jemand drin? Sieht wie die Erde aus, doch niemand lebt da drauf. Komm, lasst uns weiterfahren auf der Planetenbahn. Das hübsche blaue Ding. Das ist unsere Erde. Ja, da sehen wir das Meer und das Land und Schnee. Wir können leben dort, denn es gibt Atemluft. Und es ist nicht zu heiß und es ist nicht zu kalt. Rat mal, was vor uns liegt. Es ist der rote Planet. Wir sehen ihn näher an. Schaut mal, wie schön er ist. Das ist Planet Nummer vier. Er kommt direkt nach uns. Weißt du auch, wie er heißt? Sein Name ist Mars. Und jetzt kommt Jupiter. Siehst du, wie groß er ist. Der größte überhaupt. Wie tausend Erden groß. Er hat nen roten Fleck und viele Monde drum. Komm, lass uns weiterfahren. Mit dem Planetenlied. Gehen wir auf Planetenfahrt mit Bob als Kapitän. Da gibt es Spiel und Spaß an Bord der Weltraumbahn. Der ist ja wunderschön, hat einen runden Ring. Er wird Saturn genannt. Lasst uns ne Runde drehen. Oh, da sind noch mehr Ringe. Gemacht aus Eiskristall. Dir würd ich gerne sein. Wär das nicht wunderbar? Vor uns liegt Uranus. Er glänzt ganz grün und blau. Doch drinnen sehen wir nichts. Denn da ist zu viel Gas. Hallo, was versteckst du da drinnen? Und jetzt kommt der Neptun. Er hat ein schönes Blau. Man nennt ihn Eisgigant. Und Wasser gibt's dort auch. Die Planeten habt ihr gesehen. Doch es gibt noch viel mehr. Was man dort sehen kann, sehen wir beim nächsten Mal. Gehen wir auf Planetenfahrt mit Bob als Kapitän. Da gibt es Spiel und Spaß an Bord der Weltraumbahn. Ich hoffe, die Planetenfahrt hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal mit Bob der Bahn. Hallo Kinder, wollt ihr heute etwas Tolles sehen? Ja, das wollen wir, ja. Okay, wir gehen zum Militärlager. Beeilt euch, nicht so langsam. Was seht ihr, Kinder? Wir sehen einen Panzer. Ja, das stimmt. Im Militärlager steht er an erster Stelle. Hallo, Herr Panzer. Was machen Sie? Ich schütze unser Land und auch unsere Grenzen. Schaut, da ist der Armeelaster. Hallo, Armeelaster. Wie geht's? Hallo, Bob. Ich muss den Soldaten Waren liefern. Also muss ich jetzt los. Hallo, Ambulanz. Du siehst müde aus. Hallo, Bob. Das liegt daran, dass ich so oft gebraucht werde. Was machst du so den ganzen Tag? Ich helfe beim Transport der verwundeten Soldaten. Ein toller Job. Stimmt, Mr. Bob. Was kommt da aus dem Wasser raus? Vor einer Minute konnte man es noch kaum sehen. Hallo, Bob. Ich bin das U-Boot. Mein Name bedeutet Unterwasser. Ich kann sowohl im als auch außerhalb vom Wasser sein. Hallo, U-Boot. Hallo, Bob. Wie geht es euch? Seid gegrüßt, Mr. Kriegsschiff. Sind Sie von weit her gesegelt? Ja, wir segeln auf dem Meer und sichern die Küste. Und das ist gewiss etwas, worauf Sie stolz sein können. Seht mal. Das ist ein Flugzeugträger. Oh ja, das bin ich. Hallo, mein Lieber. Ich bin die Militärbasis auf dem Meer. All diese Flugzeuge trage ich ganz alleine. Hier kommt das Kampfflugzeug. Oh Mann! Ich fliege sehr hoch, sodass ich den Himmel beschützen kann. Schaut mal. Das ist ein Transporthubschrauber. Was machst du? Hallo, Bob. Wie geht's dir? Ich transportiere die Truppen durch die Luft und bringe sie an Orte weit oder nah. Hier kommt der Bomber. Passt auf, Kinder. Hallo, Bob. Ich heiße Bomber und meine Feinde haben Angst vor mir. Meine Bomben können alle Ziele zu Land und zu Wasser zerstören. Hallo, gepanzertes Personenfahrzeug. Was haben Sie da verborgen? Hallo. Ich bringe die Militäreinheiten zum Schlachtfeld. Hi, Bob. Wie geht's dir? Hallo, Hubschrauber. Was machst du? Ich bin so etwas Ähnliches wie der Armeelaster und mache mich überall nützlich. Mein Job ist es, Gebiete zu betreuen, die schwer über Land zu erreichen sind. Kinder, seht da! Was für ein Armeetransporter ist das? Könnt ihr es erraten? Kampfflugzeug, Jeep, Hubschrauber. Oh, bitte, sag's uns. Nein, das ist ein Armeeluftkissenfahrzeug. Oh mein Gott, da kommt es. Ich kann auf jeder Art von Oberfläche fahren und ich gehe dahin, wo es große Probleme gibt. Schaut mal da drüben, Kinder. Hier kommt der Armee-Jeep. Hallo, Bob. Ich kann leicht über raue Straßen fahren, egal wie hoch oder tief. Kinder, ich hoffe, das Armeelager hat euch Spaß gemacht. Also dann, tschüss, ich muss mich beeilen. Tschüss, Bob. Kennt ihr das Tier-ABC-Lied? Lasst es uns singen mit Bob der Bahn. A-A-A-Alligator Es ist so groß und grün Ein Krokodil B-B-B A butterfly So schön wie eine Königin Ein Schmetterling C-C-C A caterpillar Oh, wie langsam sie kriecht Eine Raupe D-D-D A dog Wie er auf seinen Pfoten springt Ein Hund E-E-E An Elephant Sein Rüssel ist unendlich lang Ein Elefant F-F-F A frog Er streckt seine Zunge raus Ein Frosch G-G-G Giraffe Ich kann nur die Hälfte sehen Eine Giraffe Ha-Ha-Ha A hippopotamus Es liegt im Fluss den ganzen Tag Ein Nilpferd I-I-I An Iguana Sieht wie ein Dinosaurier aus Ein Leguan J-J-J A Jaguar Hat tausend Flecke und noch mehr Ein Jaguar K-K-K A Kangaroo Schau wie es hüpft und springt Ein Kangaroo L-L-L A Lion Den man auch Dschungelkönig nennt Ein Löwe M-M-M-A Monkey Der Bäume über alles liebt Ein Affe N-N-N-A Nude Pass auf, dass er nicht plötzlich niest Ein Molch O-O-O Ein Oktopus Da sind ne Menge Arme dran Ein Oktopus P-P-P A Penguin Sein Gang sieht wirklich lustig aus Ein Pinguin Kuh-Kuh-Kuh A Quail Sie brütet ihre Eier aus Eine Wachtel R-R-R A Rhinoceros Nimm dich in Nacht vor seinem Horn Ein Nashorn S-S-S A Starfish Dieses Tier gibt's nur im Meer Ein Seestern T-T-T A Tiger Ich glaub, dass er ein Schläfchen macht Ein Tiger U-U-U Hey Uriel Sieh dir diese Hörner an Ein Uriel V-V-V A Vulture Fliegt im Himmel hoch hinaus Ein Geier W-W-W A Varus Wie groß seine Zähne sind Ein Walross X-X-X An X-Ray-Fisch Man sieht durch diesen Fisch hindurch Ein Röntgenfisch Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y Hat das nicht Spaß gemacht? Dann kommt bald wieder mit Bob, der Bahn. Hallo, ich bin Bob, die Bahn. Oh, schaut mal, all die Zahlen. Kommt, lasst uns damit spielen. Eins, zwei, drei und vier. Fünf, sechs, sieben und acht, neun und zehn. Oh, das macht Spaß. Eins, zwei, drei und vier. Fünf, sechs, sieben und acht, neun und zehn. Noch einmal. Auf geht's. Eins, zwei, drei und vier. Fünf, sechs, sieben und acht, neun und zehn. Ich spiel so gern mit Zahlen. Kommt mit mir, singt mit mir und tanzt zum Zahlenlied. Hat das Spaß gemacht? Kommt bald wieder und spielt mit Bob, der Bahn. Wollt ihr eine Fahrt durch die Stadt machen? Ja. Dann kommt an Bord. Ja. Die Räder der Bahn gehen rundherum, rundherum, rundherum. Die Räder der Bahn gehen rundherum durch die ganze Stadt. Die Räder der Bahn macht tut, 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 tut. Die Räder der Bahn macht tut, 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 tut durch die ganze Stadt. Der Motor der Bahn macht brumm, 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 Die Babys in der Bahn machen Weh, 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 Die Mammis in der Bahn machen Schü-Schü-Schü durch die ganze Stadt. Die Gäste der Bahn machen Hops, 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 Hops. Die Gäste der Bahn machen Hops, Hops, Hops durch die ganze Stadt. Die Schienen der Bahn machen Rüttel, 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 Rüttel. Die Schienen der Bahn machen Rüttel, Rüttel, Rüttel durch die ganze Stadt. Hat euch Bob die Bahn Spaß gemacht? Dann kommt bald wieder! Hallo, ich bin Bob die Bahn! Wollt ihr mit mir auf eine Alphabetfahrt gehen? Ja! A, A, B, D, C und D, E, E, F, F, G, H, I, J, J, K, K, L und M, N, N, O, O, P, Q, R, S, S, T, T, U und V, W, W, X und Y und Z. Hat das nicht Spaß gemacht? Lasst uns jetzt von Z anfangen! Z und Y und X und W, V und U und T und S, R und Q und P und O, N und M und L, K, J, I und H und G und F, E, D, C und B und A. Und noch einmal! Jetzt fangen wir wieder von A an! Singt alle mit! A und B und C und D, E und F und G, H, I, J und K und L und M, N und O und P, Q, R, S und T und U, und V und V, W, X und Y und Z. Hat euch das Alphabet mit Bob der Bahn Spaß gemacht? Ja! Bis zum nächsten Mal! B, 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 B Wollen wir auf eine Zählfahrt gehen mit Bob der Bahn? Ja! Okay, kommt an Bord! Eine, eine kleine Ente, Quack, 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 eine kleine Ente. Zwei, zwei rote Bälle, hops, 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 zwei rote Bälle. Drei, drei alte Uhren, tick, tack, tick, tick, tack, tick, drei alte Uhren. Vier, vier große Glocken, ding, 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 vier große Glocken. Fünf, fünf neue Autos, tut, 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 fünf neue Autos. Sechs, sechs hohe Bäume, zwisch, 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 sechs hohe Bäume. Sieben, sieben böse Hunde, wau, 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 sieben böse Hunde. Acht, acht laute Trommeln Bumm, 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 bumm Acht laute Trommeln Neun, neun Telefone Tring, 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 tring Neun Telefone Zehn, zehn Luftballons Pop, 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 pop Zehn Luftballons Hat das nicht Spaß gemacht? Lass es uns noch einmal machen! Eine, eine kleine Ente Quack, 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 quack Eine kleine Ente Zwei, zwei rote Bälle Hops, 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 hops Zwei rote Bälle Drei, drei alte Uhren Tick, tack, tick, tick, tack, tick Drei alte Uhren Vier, vier große Glocken Ding, dong, ding, ding, dong, ding Vier große Glocken Fünf, fünf neue Autos Tut, 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 tut Fünf neue Autos Sechs, sechs hohe Bäume Zwisch, 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 zwisch Sechs hohe Bäume Sieben, sieben böse Hunde Wau, 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 wau Sieben böse Hunde Acht, acht laute Trommeln Bum, 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 bum Acht laute Trommeln Neun Neun Telefone Tring, tring, tring Tring, tring, tring Neun Telefone Zehn Zehn Luftballons Pop, pop, pop Pop, pop, pop Zehn Luftballons Das hat Spaß gemacht Ihr könnt jederzeit wiederkommen Zur Zahlenzählfahrt mit Bob der Bahn